Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 98 des TeleStammtischs. Das hier ist die dritte Ausgabe der Interviews, die ich geführt habe beim Internationalen Comicsalon in Erlangen. Es werden vermutlich insgesamt acht Stück werden, insofern haben wir noch einiges vor uns. Trotzdem freuen wir uns jetzt hier auf fünf Gespräche, die ich allesamt ganz toll fand. Die habe ich geführt bei mir im Podcaststudio da in Erlangen und das waren fünf Gespräche, die ich euch auch nahezu ungeschnitten präsentieren kann. Da musste ich nicht viel machen, weil die insgesamt einfach auf einem tollen Niveau liefen. Es war inhaltlich sehr, sehr interessant. Die Gespräche mit Beren Joost, Andrea Reich, Bria, Flix und Christian Blaes bekommt ihr nun zu hören. Und wenn sie euch gefallen haben, dann hinterlasst gerne Feedback auf der Webseite vom TeleStammtisch, tele-stammtisch.de, auf Social Media, auf Plattformen eurer Wahl oder schreibt einfach eine E-Mail an info.tele-stammtisch.de. Außerdem solltet ihr unbedingt vorbeikommen beim großen neuen Community Hub des TeleStammtischs. Auch den könnt ihr finden, wenn ihr einfach auf tele-stammtisch.de slash Discord kommt. Da seid ihr direkt drauf auf unserem Server und könnt mit uns gemeinsam über die aktuellsten Themen der Comicszene sprechen. Freunde, ansonsten tut mir einen Gefallen und bucht mich. Buchen ist nämlich voll gut. Ihr könnt Moderationen dieser Art und Interviews dieser Art auf jeden Fall auch für eure Veranstaltung bekommen. Meldet euch einfach bei mir. Wir kommen da garantiert zusammen und werden gemeinsam die Ziele eures Events erreichen. Nun lasst es krachen. Viel Spaß. Bis dahin. Es ist Freitagmorgen beim Comicsalon. Und was macht es beim Freitagmorgen am Comicsalon? Richtig, es regnet. Es gibt also nur genau einen Ort, wo man jetzt unbedingt sein möchte. Und das ist hier das Podcaststudio. Ich habe immer gesagt, ey Leute, macht doch mal beim Comicsalon einen eigenen Podcast. Die Invasion kriegt das doch auch hin. Und naja, machen sie nicht. Aber irgendwie mache ich den jetzt trotzdem. Insofern herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wen ich auch herzlich willkommen heißen möchte, ist eine junge Frau, die ich hier beim TeleStammtisch schon ein bisschen länger kenne. Sie kommt aus dem wunderschönen Freistaat Bayern. Sie ist Comic-Künstlerin. Sie hat gestern echt krass noch einen E-Com-Preis gewonnen. Ist das episch oder was? Und sie ist jetzt hier zur Frühstund. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin die Bärin. Servus, Andi. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Bärin. Guten Morgen. Erzähl mal, bist du noch so im Siegesrausch? Das ist echt lustig. Ich werde auch von Freunden gefragt. Und hast du realisiert, dass du gewonnen hast? Also den digitalen Preis. Also es war die digitale Auszeichnung. Und ich bin immer noch so, es sickert so langsam rein. Also das wird noch, glaube ich, dauern, bis ich das selber realisiere. Ist der nicht auch dotiert? Gibt es da nicht auch ein paar Euro für? Den Preis, das war so ein Sonderpreis. Den gibt es nicht jedes Jahr. Das war von X-Pen, der Sponsor. Haben sie dann halt Grafiktablets für digitale Comics. Und ich hatte jetzt bei den digitalen Comics, gab es zwei Preise, den zweiten Platz belegt gehabt. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr schön. Und jetzt gibt es ja das Problem, dass wir so ein Audio-Podcast sind und wir genau gar nichts zeigen können. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen bei Null anfangen. Und was von einem Comic reden wir? Wie heißt der? Worum geht es? Erzähl mal. Es geht um den Comic Somnium. Kommt vom Lateinischen und bedeutet Traum. Und es geht darum, um eine Familie, um den kleinen Oliver, dessen Schwester nicht mehr aus dem Albtraum erwacht. Und es ist eine Zeit, in der viele Leute nicht mehr aus ihren Albträumen erwachen und im schlimmsten Fall sogar sterben können. Und es gibt dann die Somniatoren, wie unsere Protagonistin Mika. Die geht dann zu dem kleinen Oliver und versucht, seine Schwester aus dem Albtraum zu befreien. Und in diesem Fall müssen sie zusammenarbeiten, um seine Schwester zu retten. Und jetzt ist halt die Frage, zwei Charaktere, die nicht unterschiedlicher sein können, ob sie das hinkriegen werden. Und das kriegt man in dem Band Somnium dann heraus, wenn man es liest. Also ein Abenteuer-Comic mit starkem Mystery-Anteil, wie es klingt. Genau, genau. Was ist so, Zielgruppe? Zielgruppe würde ich mal so sagen, so ab zehn Jahren. Also auch für ein junges Publikum geeignet. Das heißt, es wird nicht so viel gesplattert. Es wird nicht so viel gesplattert, weil ich selber ein Sensibelchen bin. Man sieht zwar Blut, aber jetzt wirklich nicht detailliert oder ganz, ganz verschwommen. Also ist auch für das junge Publikum geeignet. Lass gerne noch mal ein bisschen auf den Kreativprozess eingehen. Wie lange hast du daran gearbeitet? Wie dick ist das Werk eigentlich? Gibt es noch Fortsetzungsbände? Geh mal in das Zimmer, bitte. Das Band ist 85 Seiten lang. Es ist komplett koloriert. Format ist sogar B5, falls es jemandem was sagt. Und mein Ziel war es ja ursprünglich, dass der Prozess nur ein Jahr dauert, wie es nun mal ist. Das Leben spielt halt manchmal gern einen Streich und man hat andere Prioritäten zu setzen. Und dadurch hat es halt zwei Jahre dann gedauert, bis es fertig war. Und entstanden ist es am Grafiktablett. Und mit Clip Studio, wahrscheinlich für viele ein Begriff, heutzutage echt hilfreich, muss ich sagen, erleichtert vieles. Genau. Sitzt du eigentlich auch am iPad oder machst du es mit einem anderen Gerät? Gemischt. Also ich habe Clip Studio auf dem iPad und auf dem PC. Zu Hause habe ich auch das Wacomboard. Und wir haben eine kleine Gruppe, wo wir uns dann immer wieder bei jemandem treffen für Coworkings. Das heißt, wir sitzen dann zusammen. Jeder arbeitet an seinem Comic, was sehr motivierend ist, weil wenn man einen Hänger hat, gibt man dem anderen Tipps oder schubst sich an oder motiviert sich. Und ohne die Coworks wäre ich mit Somnium gar nicht so weit gekommen. Also das war wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Also hier nochmal einen großen Dank an meine ganzen Freunde. Ich habe auch so ein Foto gesehen. Da warst du nämlich beim 24-Stunden-Comic mit dabei. Sitzt du, glaube ich, neben dem Jonas. War das ein 24-Stunden-Comic? Genau. Vielleicht kannst du davon mal kurz erzählen, was war das für eine Veranstaltung und ist das vergleichbar mit diesem Coworking? Das war von Comic in Bayern eine Organisation. Das war in Nürnberg im Z-Bau, wo wir in 24 Stunden 24 Seiten gezeichnet haben. Es ging auch damit gut los, dass ich mit der S-Bahn Verspätung hatte und bei mir waren es dann keine 24 Stunden, aber ist egal. Das ist eine Maschine, ziehst du es durch. Und ja, man könnte das vielleicht auch mit dem Coworking gleichsetzen, nur ein bisschen weniger Stress mit mehr Schlaf und Entspannung, würde ich mal sagen. Man hat halt nicht so diesen Zeitdruck, aber so ein Event kann ich auch allen anderen empfehlen, weil man ist ja doch selber Perfektionist, macht dann seinen Comics dann nicht weiter. Und in diesem Raum mit den Leuten in dieser kurzen Zeit wird man gezwungen, sich ranzusetzen und einen Comic zu machen. Also würde ich jedem empfehlen. Also ich bin auch jemand, der gerne schläft, aber es geht, wirklich, es geht. Du bist ja auch mit im Kernteam von Comic in Bayern, da kannst du mir bestimmt die Frage beantworten, ob es wieder einen 24-Stunden-Comic geben wird. Also die Nachfrage ist groß mit dem 24-Stunden-Comic-Event. Dieses Jahr müssen wir aber erstmal den Fokus darauf legen, mehr öffentlich vertreten zu sein. Wir wollen mehr Lesungen wieder veranstalten, weil das sehr, sehr gut angekommen ist. Und dann hoffen wir einfach, dass wir bei der nächsten Förderung wieder einen 24-Stunden-Comic organisieren können. Genau. Sehr gut. Ich habe es konkret auch gefragt wegen des iPads und ich will es gar nicht so oft sagen, weil es ist ja immer wieder Markennennung. Aber da gab es jetzt Neues. Und da gibt es nicht nur ein neues Pad, da gibt es auch einen neuen Stift. Und der hat eine Funktion, die ist mir nur aufgefallen, weil ich halt schon mal mit Leuten gesprochen habe, die auf dem iPad zeichnen. Das ist irgendwie, du drehst den und damit änderst du den Pinsel. Oder es gibt ja auch so Pinsel, die je nachdem, die haben halt eine schmale Seite oder einen Standardpinsel halt. Der ist ja mal breiter und mal dünner, wenn du einfach nur einen Strich machen möchtest. Und das kann dieses Gerät wahrnehmen, je nachdem welchen Winkel du ihn hältst. Ist das was Gutes? Will man sowas als Künstlerin? Das ist eine gute Frage. Also ich bin so der Standardzeichner, dass ich dann wirklich so beim iPad Bleistift und Tusche nur verwende. Oder wenn ich halt koloriere noch Airbrush. Also diese Brushes verwende ich. Und bei Tusche bin ich dann schon happy, wenn die Linienstärke sich nach Druckintensität und so ändert. Also das finde ich schon klasse. Also das würde ich jetzt nicht missen wollen. Sehr gut, alles klar. Wir werden heute auch ein ganz tolles Panel haben zu Perspektiven der bayerischen Comicszene. Und was ich mich frage ist, ob du dich selbst, jetzt nur du als Künstlerin, ob du auch immer mit dieser bayerischen Perspektive an die Arbeit gehst und dich präsentierst. Oder hast du diesen Lokalpatriotismus beim Self-Marketing gar nicht so sehr? Es ist eine gute Frage. Da bin ich ein bisschen so, ich frage mich überhaupt, ob ich mich bayerisch nennen kann. Weil man hört es mir ja bestimmt ein bisschen raus, dass der Schwab sich hier untergemischt hat. Ich finde das aber hier mit der bayerischen Szene sehr, sehr spannend und interessant. Denn nachdem ich nach München umgezogen bin, habe ich wirklich ein großes Netzwerk an Comiczeichnern und Illustratorinnen entdeckt und mich connectet. Klar, das gibt es bestimmt in Baden-Württemberg auch. Ich habe es wahrscheinlich irgendwo verpasst, aber ich habe hier das Gefühl, hier ist die Szene gerade sehr stark. Also nehme ich es so zumindest wahr. Und da freue ich mich dann einfach zu sehen, wie es sich langsam wächst und dass man sich alle untereinander auch kennt. Ja, du nimmst ja auch im Freistaat jede Menge Veranstaltungen wahr. Ist das richtig? Ich sehe immer Fotos von dir, wo du gerade bist, wo du unterwegs bist. Was hast du zuletzt mitgenommen? Das habe ich zuletzt mitgenommen. Das ist echt eine gute Sache. Du meinst jetzt so von Messen her? Ja genau, Messenveranstaltungen. Die letzte Messe, wo ich war, war die Animoge in Fürstenfeldbruck. Das ist echt eine schöne Veranstaltung an einer schönen Location, kann ich jedem empfehlen. Da kommen sogar welche wirklich aus Hamburg und so angereist, nur um dieses Event zu sehen. Die letzten Jahre bin ich auch zum Beispiel nach Düsseldorf zur Dokumi und so gefahren. Dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich bleibe mal ein bisschen lokaler, weil ich einfach nicht so viel rumfahren möchte. Und genau, Animogeich, Gigi Bavaria war noch dieses Jahr. Gott, das Jahr schreitet so schnell voran. Wo war man denn noch? Sind diese Veranstaltungen denn wichtig für dich? Es gibt ja durchaus, das hat mir die Caro Reich gestern zum Beispiel erzählt, die lange darauf ausgelegt war, ihre Comics ausschließlich auf diesen Messen zu verkaufen. Was ja dann spätestens bei Corona auf die Füße gefallen ist und sie gucken musste, was sie anstellt. Sind für dich das auch wichtige Einnahmequellen, diese Messen oder bist du da insgesamt eher breiter aufgestellt? Diese Messen sind mir jetzt in dem Sinne wichtig, jetzt nicht unbedingt wegen den Einnahmen. Klar, wenn ich die Standkosten reinbekomme, das ist super, wenn ich nicht ins Minus gehe. Aber für mich ist eher wichtig, dass die Leute mich sehen, wissen, wer hinter dem Namen ist, meine Comics sehen. Denn so kriege ich die Comics, sage ich mal, an die Leute ran. Und dass ich einfach meine Projekte vorstellen kann, genau. Wenn die Leute dann auf dich zukommen, dich sehen, dich kennen, deine Comics kaufen wollen, erwarten die vielleicht irgendwelche Sachen auch von dir. Beispielsweise in der Frage des Genres. Würdest du sagen, du hast einen Schwerpunkt im Genre? Was für Genre hast du schon probiert? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Das ist eine gute Frage. Genre mäßig ist da jetzt eher weniger jemand auf mich zugekommen. Ich habe nur gemerkt bei Somnium, weil auch das Kapitel oder halt die Beschreibung ist, dass Leute dran sterben könnten. Also in ihren Albträumen habe ich die ein oder andere Person erlebt, die gesagt haben, sie finden die Geschichte interessant. Aber das Thema Sterben ist ihnen gerade zu nah. Deswegen möchten sie den Comic nicht lesen. Also es ist doch sehr, sehr gemischt. Manche wollen dann halt mehr so lustige Geschichten und andere sind dann bereit, sozusagen sich ins Abenteuer, in die Mysterie zu stürzen. Gäbst du was, auf das du immer richtig Lust hast? Irgendwas, was du noch gar nicht probiert hast, wo du einfach vielleicht nicht die Zeit, nicht die Kapazitäten hattest? So, keine Ahnung. Dark, Post-Punk, Apokalypse im Schnee. Was weiß ich? Das ist echt eine gute Frage. Nee, wenn ich Geschichten zeichne, schaue ich eher weniger aufs Genre, sondern einfach gefällt mir die Geschichte, ist sie stimmig, würde ich die Leute damit mitreißen können. Und das Einzige ist, nur in meiner Teenager-Zeit, wo ich Comics gezeichnet habe, habe ich gemerkt, die waren halt sehr stark Romance. Ich glaube, das kam einfach mit dem Manga-Boom in Deutschland, dass halt auch sehr viele Romance-Mangas waren, dass mich das inspiriert hat. Und ich merke einfach nur, mit dem Alter hat das jetzt einfach stark nachgelassen, eher weniger Romance. Hast du selbst dich mal in der Manga-Richtung versucht? Ja, sehr stark. Also das ist dann auch bei mir interessant, denn manche Leute sagen, mein Stil erinnert an Manga oder auch nicht. Also es ist eine Mischung. Viele können es nicht einordnen. Ich habe mich früher sehr stark mit Manga auseinandergesetzt, hatte auch sogar einmal den Preis bei Manga-Talente auf der Leipziger Buchmesse gewonnen. Ja, aber ob der Stil noch da ist, es ist immer interessant. Manche sagen, es ist Manga, manche sagen nicht. Also eine Mischform, würde ich mal sagen. Das ist total spannend, wie ich finde. Denn ich beschäftige mich ja durchaus mit so Dingen wie Comic-Marketing und wie kommt es in der Szene letztlich und auch in der Lesendenschaft, im Publikum, die ja letztlich das Geld bezahlen. Wie kommt es da an? Und es gibt immer wieder dieses Thema Manga-Comic, muss man diese Unterscheidung treffen und so. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, aus Artist-Perspektive gibt es da ganz oft einfach Verschmelzungen. Also ich sitze gerade neben einem Comic, neben einem Poster, für das die Olivia Vieweg zuständig ist. Eine von mir sehr geschätzte Künstlerin, die auch hier eine tolle Ausstellung hat. Und auch das ist so ein oft genanntes Beispiel für eine Person, die eine Stilistik hat, die irgendeine Form von Mischform darstellt. Und somit quasi ja beide Gruppen, wenn man die überhaupt trennen möchte, bedienen könnte. Siehst du da einen Weg, dass wir einfach auch in dem, was wir dem Publikum anbieten, vermehrt einfach die Grenzen zwischen Comic und Manga, wo auch immer diese liegen mögen, verschwimmen lassen? Das ist eine sehr gute Frage, denn von einer anderen Freundin, die aus Amerika kommt, habe ich den Kulturschock halt sozusagen gesehen, dass sie gemeint hat, da macht man keine Unterscheidung zwischen Comic, Manga, Graphic Novel. Also es ist alles Comic, genau. Und es wäre toll, wenn das in Deutschland auch so wäre, dass da wirklich nicht so eine starke Unterscheidung wäre. Denn ich habe da einfach auch dieses geniale Beispiel, dass ich mal mit einer Freundin zusammensaß und ich gemeint habe, komm, lass uns Legend of Korra anschauen. Und daraufhin kam, ich schaue keine Animes an und ich so, das ist kein Anime, das kommt nicht aus Japan. Und man sieht einfach, da ist auch schon so ein Mix von den Stilen mit dabei, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann, ist es jetzt aus Japan, ist es jetzt aus den USA oder so. Also der Mix ist da und ich hoffe, es mixt sich weiter und hoffe, dass die Grenzen irgendwann aufgehoben werden. Diese Hoffnung habe ich auch, dass nicht nur das angebotene Material, meinetwegen auch im Bewegtbild und im Comic, da Mischungen findet, sondern auch das Publikum bereit ist, aus den Schubladen heraus zu gehen und nicht alles, was es für ein Anime hält, als solchen auch erstmal einzustufen. Und es gibt sicherlich vielleicht viele weitere Beispiele. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz auf den Salon zu sprechen kommen. Wir sind hier beim internationalen Comicsalon Erlang und auf meinem Bändchen steht die 21, das bedeutet, es ist der 21. seiner Form. Was bedeutet dir der Comicsalon als Künstlerin? Du warst sie auch schon einige Male da. Was ist für dich der Comicsalon? Was ist Erlang? Comicsalon Erlang ist, wieder Freunde, die ich lange nicht gesehen habe, die von weiter her kommen, wiederzusehen, zu connecten und einfach zu sehen, wie jeder sich weiterentwickelt hat, was jeder Neues rausgebracht hat. Also es ist wie nach Hause kommen irgendwie. Also freue ich mich jedes Jahr. Jedes Jahr kann ich nicht sagen, alle zwei Jahre freue ich mich. Erlang ist wieder nach Hause kommen. Berin, dich zu treffen, ist auch ein Stück weit wieder nach Hause kommen. Vielen lieben Dank, dass du da warst im Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Comic, den du ja offensichtlich hast und hoffe, dass die Leute hier die Bude einrennen. Wo man dich finden kann, kriegt man raus, wenn wir natürlich auf die Shownotes gucken. Wie immer runterscrollen, klicken und dann seid ihr direkt bei Berin auf den sozialen Netzwerken oder natürlich auf der Website. Danke dir. Danke dir auch. Ciao. Ciao. Nun sitze ich zusammen mit jemandem hier im Studio. Eine Person, die sich bei mir gemeldet hat. Sie hat gehört von Klaus, der gestern da war. Ey, hier, Andi und so, ne. Geh mal hin, wird hoffentlich lustig. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall ein ganz spannendes Gespräch, denn sie hat tatsächlich sogar einen Comic mitgebracht. Ich freue mich sehr drauf, was sie uns da präsentiert. Es steht auch, glaube ich, steht da nicht The Next Art sogar irgendwo drauf? Nee, gell? Das steht tatsächlich drauf. Hallo erstmal. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin die Andrea. Hallo, die Andrea. Schön, dass ich hier sein kann. Und du bist scheinbar Comic-Künstlerin, stimmt das? Ich bin Comic-Künstlerin, ja, tatsächlich. Seit letztem Jahr bringe ich meine eigenen Projekte raus, weil ich da schon immer Bock drauf hatte, aber ich mache tatsächlich auch hauptberuflich Comics. Ach ja. Allerdings anderer Sektor. Erzähl mal. Ja, für Kindermagazine. Willst du da ausholen, darfst du da ausholen? Ich kann ganz kurz ausholen. Ich mache das tatsächlich schon recht lange. 14 Jahre mittlerweile arbeite ich mit dem Blue Ocean Verlag zusammen und betreue dort hauptsächlich, also lange Jahre habe ich die Philly Ponys gezeichnet und mittlerweile bin ich auf Lissy Pony übergegangen, mache noch bei ein paar anderen Magazinen mit, aber das ist so quasi tatsächlich mein Haupttätigkeitsbereich. Wenn du möchtest, kannst du da mal kurz auch ein bisschen ausholen, das wäre mal ganz interessant zu wissen, weil tatsächlich meine Kids sind genau dem Alter, ich kenne die Sachen alle. Wie läuft denn das so ab im Kreativprozess? Wie viel Mitbestimmungsrecht bei der Story hast du eigentlich? Nicht viel. Das Skript ist schon fertig, da gibt es einen Autor, der schreibt die Story, das ist alles schon festgelegt. Ich habe auch tatsächlich schon Vorgaben, wie viele Panels auf eine Seite kommen, wie viele Seiten das sind. Die Figuren sind natürlich vorgegeben, klar, es sind Sammelfiguren, die die Kinder dann sammeln wollen und ja, ich versuche das zu erfüllen, was mir vorgegeben ist. Dadurch, dass ich aber auch schon recht lange mit den Leuten zusammenarbeite, ist es mittlerweile auch so, dass wenn ich jetzt sage, okay, das funktioniert wirklich absolut nicht und wollen wir das nicht lieber so machen, hat man schon ein bisschen Mitbestimmungsrecht, aber im Grunde genommen die Story steht und man versucht das Beste draus zu machen. Eine letzte Frage, dann kommen wir zu den wichtigen Themen, ist versprochen, was ich mich immer gefragt habe, Blue Ocean ist allein, was die Verkaufszahlen angeht, vielleicht sogar der größte, zumindest der größten Comicverlage in diesem Land. Warum verdammte Axt ist der in der Comicszene nicht so gefühlt so präsent? Warum sind die hier auf dem Comicsalon? Warum haben die einfach ein anderes Marketing, als es jetzt Ergmund Karlsson und Panini haben? Das ist eine gute Frage. Die sind ja auf einigen Messen vertreten, aber ich vermute mal, da das wirklich auch sehr stark, ja, Kleinkinder, kinderlastig ist. Das ist einfach eine komplett andere Altersgruppe. Ich würde jetzt persönlich auch sagen, die passen hier gar nicht so gut in die Szene rein. Also sie würden auch ihren Platz finden, es sind ja auch wirklich viele kleine Kinder unterwegs. Ich bin jetzt das erste Mal hier, aber so der Eindruck, der erste Eindruck, den ich habe, der zeigt mir schon, ja, würde auch funktionieren. Aber ja, warum die nicht überall dabei sind, kann ich gar nicht genau sagen. Gut, geht wahrscheinlich auch eher über die Lizenzen und weniger über den Eigennamen des Verlags. Das wäre möglich, ja. Gut, alles klar. Vielen Dank für den Ausflug in die Richtung. Gerne. Also du bist mittendrin in der Szene und hast ganz viele Sachen gemacht, die offensichtlich tausende von Menschen lesen. Ja, jetzt hast du was Eigenes mitgebracht, was ganz Eigenes erstellt. Ist es dein erstes Ereignis, Erstlingswerk? So in der Art, ja, tatsächlich. Der Wunsch war schon immer da, eine Graphic Novel zu machen. Das ist diese hier, die habe ich letztes Jahr rausgebracht und ich habe sehr lange dafür gebraucht, weil ich bin so ein kleiner Perfektionist und habe ewig mir Storys ausgedacht und Figuren ausgedacht, bis es irgendwann Klick gemacht hat und ich eigentlich wusste, welchen Weg ich gehen soll oder muss oder möchte. Und damit habe ich dann begonnen und das ist jetzt das Ergebnis, ja, seit Mai letzten Jahres. Also tatsächlich, Punkt, ein Jahr später kam dann das zweite Magazin raus, was noch so eine Parallelreihe jetzt gibt. Ja, und mal gucken, wie weit ich komme. Dann erzähl doch mal, wie heißt es, worum geht es, wer sind die Protagonistinnen und was ist die Story? Also meine Buch- und Comic-Reihe heißt The Adventures of Captain Fox. Die Ursprungsstory handelt davon, dass es ein junges Mädel gibt, die heißt Kachina und die zeichnet gerne und hat eine lebhafte Fantasie und denkt sich ihren eigenen Comichelden aus. Und das ist der Captain Fox. Und in ihrer eigenen Welt, in ihrem Kopf erlebt sie halt, ja, Weltraumabenteuer mit ihm und wie es dann so kommt, eines Tages begegnet ihr der Captain in echt. Und sie stellt dann auf einmal fest, das, was ich mir jetzt alles ausgedacht habe, das gibt es ja tatsächlich und wie kommt es? Und der Captain braucht natürlich ihre Hilfe, er ist in Not und nimmt sie mit auf ein echtes Abenteuer. Und das ist die Ursprungsgeschichte, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja, das klingt auch ein bisschen nach Science-Fiction. Ist das so ein Genre? Das ist Science-Fiction, das ist so ein bisschen retro angehaucht, denn ich bin ein Kind der 80er und wie man hier auch sieht an meinem Outfit, ich bin mit Saber Rider, Captain Future und allem groß geworden. Später kam noch Star Trek dazu. April, der Kampfmodus aktiviert. Ja, es hat mich extrem geprägt und das wollte ich da auch so ein bisschen wiedergeben. Weil ich gerade an die Titelmelodie von Saber Rider denken muss. Okay, Fangfrage unvorbereitet. Wie klingt in deinem Kopf die Titelmelodie für deinen Comic? Das kannst du hören in meinem Trailer. Ach, geil. Die habe ich nicht selber komponiert, aber ich habe was gefunden und das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings nicht in denen, da habe ich mir irgendeine Musik gesucht, aber für diesen hier habe ich schon was sehr Schönes gefunden. Das wird noch ausgearbeitet und da werde ich tatsächlich nochmal was Schönes draus machen. Ich bin gespannt. Ja, okay, also noch ein Science-Fiction-Nerd, da sind wir ja schon mal zwei, das finde ich ja schon mal gut. Erzähl mal, wie sieht es aus mit der Zielgruppe? Ist es auch eher eine jüngere Zielgruppe? Das wäre so mein Ersteindruck tatsächlich. Das ist tatsächlich von bis. Also da ich natürlich ein Mädchen bin, ist es vielleicht auch alles ein bisschen lieblicher als das andere. Manche gehen ja sehr rabiat an die Storys ran. Das mag ich zwar gerne lesen, aber ich bin nicht so der Mensch, der das selber umsetzt. Bei mir ist vor allem die Story wichtig, deshalb war es ja auch so schwierig für mich, da was zu finden, was wirklich funktioniert. Und es können junge Leute lesen. Ich habe einen ganz jungen Fan, der ist gerade mal sechs Jahre alt und hat auch den Namen Fox. Also ganz fleißiger Leser und meine jüngste Tochter, die ist jetzt auch sechs, sie wird jetzt noch sieben, die liest das auch wahnsinnig gerne. Aber es ist wirklich von bis alles dabei. Es wird nämlich auch immer von meinem Nachwuchs, der im selben Alter ist, auch immer spannende Sachen und warum nicht mal Science Fiction? Gerne auch Comics, damit die irgendwie frühzeitig geprägt werden. Wichtig. Was bei Science Fiction, insbesondere im Weltraum, immer eine Herausforderung darstellt, sowohl im Filmbereich als aber auch bei Comics, ist das Design von Aliens. Weil Aliens tatsächlich ja irgendwie alles sein können, vom Schleimklumpen bis hin zur menschenähnlichen Gestalt. War das bei dir auch eine Herausforderung? Denn eine Aliens-Spitz ist mir jetzt hier mindestens beim Durchbettern schon aufgefallen. Wie bist du da rangegangen? Ich musste mich tatsächlich reinarbeiten. Das ist ein Prozess bei mir, der dauert ein bisschen länger. Ich bin jetzt zum Beispiel schon mittendrin, also ich arbeite gerade an der zweiten Novel, da kommen auch noch Aliens drin vor und für den dritten Teil bin ich auch schon dabei, mir was auszudenken. Das ist tatsächlich, es dauert ein bisschen länger. Ich probiere rum, dann hat man wirklich mal einen Tag, da funktioniert das dann nicht so. Das, was man sich ausgedacht hat, das wird dann wieder verworfen, aber das kommt tatsächlich ganz intuitiv. Man hat natürlich unheimlich viel schon selber gesehen und Input gehabt und irgendwie gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Ähnlichkeiten mit Dingen, die einmal im Buch oder im Fernsehen über den Weg gelaufen sind, aber das bleibt nicht aus. Also ich versuche schon da eigen kreativ zu bleiben. Wir haben alle eine popkulturelle Präung abgekriegt, die aus der selben Richtung kommt. Das ist so. Und eine Szene fällt mir direkt auf. Er hat wirklich einen wunderschönen Oberkörper, der ein Protagonist, oder? Ja, das musste rein. Das musste rein. Ja, voll gut. Und jetzt habe ich genau das Hardcover. Das ist quasi der erste Band, der zunächst erschienen ist im Selbstverlag, glaube ich. Das ist noch im Selbstverlag, ja. Und dann das klassische, typische von mir sehr geschätzte Heft bei den, beim Sebastian halt, bei The Next Art Verlag. Richtig. Aber Fox Comics ist eher dann als Imprint gedacht, oder wie läuft das? Also ich habe damit angefangen, das selber zu machen. Mir war es wichtig, dass ich mein eigenes Label habe für den Wiedererkennungswert. Da wird vielleicht noch ein bisschen was geplant. Mal gucken, also wohin der Weg mich führt. Und ich wollte unbedingt dieses kleine Heftformat ausprobieren, da die Graphic Novel Story wird insgesamt drei Bücher beinhalten und dann ist sie vorbei. Und das finde ich schon jetzt wahnsinnig schade, weil ich mag meinen Helden unheimlich gerne und ich möchte gerne, dass es irgendwie weitergeht. Aber ich kann es selber nicht leiden, wenn eigentlich was abgeschlossen ist und man macht dann noch was und noch was. Irgendwann wird es halt nicht mehr schön. Und das möchte ich keinem antun und mir selbst am wenigsten. Und hier ist es so, habe ich mir jetzt eine Parallelwelt geschaffen. Das kann man auch unabhängig lesen von der Novel. Also wenn man sagt, man mag nur die kleinen Hefte, dann liest man das und alles ist gut. Aber es passt trotzdem alles zusammen. Es gibt insgesamt eine Welt, ein Universum. Und hier ist es jetzt so, dass der Käpt'n sein eigenes Abenteuer erlebt, ohne die zweite Protagonistin. Und ich kann neue Figuren hinzu erfinden. Ich kann komplett andere Storys machen. Das ist von der Zeit her so ein bisschen, bevor er sie kennenlernt. So kann man sich das Vorstellen etwa einordnen. Ja, und damit habe ich mir die Möglichkeit geschaffen, immer weiterzumachen, wenn ich möchte. Ja, ich sehe gerade, dein Protagonist ist 35 Jahre alt. Attraktiver, 35-jähriger, grauheiliger Mann. Ich fand das, finde ich sehr schön. Ja, und wie kam es dann zur Zusammenarbeit mit dem Sebastian, also bei The Next Art Verlag? Wir werden ihn heute auch auf der Bühne haben beim großen Kleinverlagsgipfel hier in Erlangen. Und das wird auch ganz toll. Erzähl mal, wie hast du den Sebastian kennengelernt? Es war total witzig. Ich war mit einer Freundin zusammen auf der Comic-Con in Stuttgart. Da hatten wir einen kleinen Stand und ich kenne auch den Sascha Derb. Der ist dir vielleicht auch ein Begriff. Und habe durch Zufall gesehen, er hat irgendwie einen Status gepostet auf Insta. Ja, ich bin hier auf der Comic-Con. Ich so, wo bist du auf der Comic-Con? Ja, hier, da und da. War tatsächlich irgendwie fünf bis zehn Meter Luftlinie von mir, so dass ich dann zehn Minuten später vor diesem großen Verlag dann schon mal stand. Habe dann ganz viel mit ihm geplaudert und mir so die Sachen angeguckt. Und ja, am nächsten Tag ist mir dann so aufgefallen, da sitzen ja irgendwie nur Kerle. Und dann bin ich dann zu ihm hin und habe gesagt, wo sind denn eigentlich bei euch die Frauen? Und so kam er tatsächlich ins Gespräch, so kam ich dann mit dem Sebastian ins Gespräch, weil er meinte, das war tatsächlich auch gestern bei denen ein Thema gewesen. Und ja, ich habe mich wahnsinnig nett mit Sebastian unterhalten und da hat sich meine Sachen angeguckt und hat vom Fleckwächt gesagt, ja, finde ich toll, würde ich gerne mit aufnehmen. Und so ist das zusammengekommen. Das ist ein ganz tolles Team, das er da zusammengebaut hat im Laufe der letzten Jahre. Und genau diesen Eindruck, den man vielleicht haben kann, ey, nur Kerle. Und die nehmen sich immer so eine gemeinsame, so eine Ferienwohnung, wenn die zu diesen Veranstaltungen gehen. Das sind keine Show, wie es ganz im Gegenteil. Das sind richtig feine, smarte Typen. Also guckt euch die mal genau an, die Jungs und Mädels vom The Next Art Verlag. Da gibt es nicht nur tolle Comics, da gibt es auch tolle Menschen. Auf jeden Fall. Also eine richtig tolle Familie, habe ich jetzt festgestellt. Ich fühle mich da pudelwohl und es ist, also von dem, was die anbieten, von bis ist es eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Ich kann es nur empfehlen, vorbeizukommen, um reinzuschauen. Bei deinen Comics haben wir jetzt also gerade gemerkt, es wird von der quasi Graphic Novel, von dem Hardcover, dass dann, wird es drei Ausgaben geben. Erscheint das zweite Hardcover dann auch wieder bei The Next Art oder machst du es wieder im Eigenverlag? Das wird dann auch bei The Next Art erscheinen. Okay, cool. Also die Novel gibt es da auch bereits. Und wir werden da jetzt erstmal zusammenarbeiten. Und ja, geplant ist jetzt, dass die zweite Novel vielleicht im November, Dezember fertig wird. Ach so, wow, cool. Sehr gut. Okay, und dann als geschlossene Miniserie und ich meine gerade im Science-Fiction-Bereich geschlossene Miniserien und einfach andere neue Miniserien mit selben Protagonistinnen zu erzählen, ist jetzt auch nicht unüblich. Das heißt, wir könnten theoretisch durchaus noch einige Geschichten mit ihm erleben. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt ist die Frage schon auch sehr perspektivisch, weil da, wie gesagt, noch ein paar Hefte kommen. Aber gäbe es auch mal ein Genre oder einen Bereich, den du dich auch gerne mal ausprobieren würdest? Wir haben jetzt schon gelernt, Ponys kannst du auch ganz gut. Wie sieht es aus mit anderen Sachen? Ja, ich habe da noch eine Idee, da möchte ich aber tatsächlich noch nicht so viel drüber erzählen. Genre? Kannst du schon Genre? Willst du das schon? Genre? Ich weiß gar nicht genau, welches ich das packe. Es wird ein sehr ernstes Thema. Okay. Ja, und das ist aber noch reine Kopfsache. Ich muss gucken, wie ich das umsetze. Und da möchte ich mich tatsächlich noch sehr zurückhalten. Aber es wird tatsächlich was komplett anderes, als was ich jetzt mache. Dann lass bitte nochmal kurz über dein Salon selbst sprechen, auf dem wir nämlich gerade sind. Die wahrscheinlich wichtigste Veranstaltung in diesem Bereich im deutschsprachigen Raum. Und mich würde schon durchaus mal interessieren, wie du zum Salon stehst. Wie oft bist du schon hier gewesen? Wie findest du es eigentlich? Und erzähl mal. Absolute Premiere. Vom Namen her kenne ich den Salon schon seit Ewigkeiten. Also im Grunde genommen seit es ihn gibt. Und ich habe es, da ich ja aus der Ecke von Hamburg komme, ich habe es bisher nie hier runter geschafft. Es war immer irgendetwas anderes und andere Dinge waren im Fokus. Und rein für den Besuch ist es nie dazu gekommen. Jetzt habe ich gesagt, okay, Nägel mit Köpfen. Ich möchte es jetzt endlich mal sehen. Und habe auch unheimlich viel Werbung dafür gemacht. Und habe mich wahnsinnig gefreut. Und im Grunde genommen, ja, abgesehen von dem Regen, den es gibt, aber der sich ja noch ein bisschen in Grenzen hält, ist es wirklich, die Location ist wunderbar. Ich hätte gedacht, Erlang wäre ein bisschen größer. Es ist doch wahnsinnig kuschelig. Aber ich mag das total gerne. Unheimlich nette, viele Leute kennengelernt. Viele, die ich kenne, viele neue, national, international. Es ist irgendwie alles vertreten. Und ich muss tatsächlich sagen, also jeder Comicleser und Comiczeichner wird hier glücklich. Amen. Das kann ich wohl so sagen. Was ihr in Hamburg habt, ihr habt ja auch ein Comicfestival. Und das soll auch ganz schön geil sein. Und da habe ich es noch nicht hingeschafft. Warst du da schon mal? Da war ich natürlich schon sehr oft gewesen. Es hat sich in der Zeit wahnsinnig gewandelt. Es ist früher, also ich habe es noch zu der Zeit kennengelernt, wo das wirklich diese, ja, wo man nur altverstaubte Sachen gesammelt hat. Und das in Massen, das hat sich natürlich sehr gewandelt. Die Szene hat sich angepasst. Und ich war jetzt in den letzten Jahren, habe ich es nicht mehr geschafft, weil immer irgendwas anderes dazwischen war. Vielleicht bin ich jetzt selber im Herbst nochmal vor Ort. Ich versuche da einen Platz zu bekommen. Aber es ist auf jeden Fall gut besucht. Es ist von der Größe her natürlich jetzt kein Vergleich mit hier. Aber ich denke, es ist Besuch wert. Ja, viel Gutes gehört auch zum Panelprogramm, das sie teilweise haben. Und auch zu den Menschen, die da auftauchen und ihre Kunst präsentieren. Ich bin sehr dankbar, dass du deine Kunst heute hier und jetzt beim Interview, beim Tele-Stammtisch präsentiert hast. Lieber Andrea, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit deiner Reihe The Adventures of Captain Fox. Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ciao. Tschüss. Kennt ihr das, wenn ich so eine Anmoderation mache, wo ich von alten Bekannten des Tele-Stammtisches erzähle? Das ist echt ständig der Fall. Und ich muss mir mal Gedanken über das Konzept hier machen, weil irgendwie kommen auf dieselben Nasen. Aber sie haben halt echt auch oft neue Sachen zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Denn wir kennen uns natürlich von unfassbar vielen Veranstaltungen. Wir waren auch schon mal essen im schönen Erfurt. Ganz toll, kann ich empfehlen. Ich kenne ihre, wenn man so will, bessere Hälfte. Darf man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ich bin Andi und wer bist du? Hallo, hier ist Bria zum dritten Mal jetzt im Tele-Stammtisch. Ist das krass? Ja. Hi. Na, Salon und so? Wie bist du angekommen die letzten Tage? Ja gut. Also tatsächlich fuhren die Züge auch recht zuverlässig. Und wir haben eine schöne Unterkunft, nicht einen Tag lang in Fürth. Aber das ist mit dem Zug auch super erreichbar. Cool. Seid ihr zu zweit unterwegs? Habt ihr ein großes Team am Start? Ja, also wir sind Comic- und Cartoon-Zeichner, wieder am Tonsabstand. Hat sich dieses Jahr auch wunderbar ergeben, dass ich da noch weitere Kollegen oder Kolleginnen an den Stand holen konnte. Und ja, wir teilen uns das, haben unsere Signierstunden. Und die, die dann nicht die Signierstunden haben, laufen dann so durch die Messe, entdecken viele Sachen. Erlang ist super. Absolut ist es das. Und was auch super ist, und da bin ich echt ein bisschen überrascht. Ich frage dich das jedes Mal, wenn du bei mir im Gespräch bist. Wie ist denn bei Tonsab eigentlich jetzt der Stand? Ich habe dir nämlich gesehen, da saßt voll viele Menschen voll beschäftigt rum. Geht es denn jetzt nun doch weiter? Tja, das ist ein bisschen in der Schwebe. Also Bock haben irgendwie alle. Die Vereinsarbeit wird aber laut hören und sagen, ab morgen so aufgelöst. Die Webseite geht erst mal offline, aber wir sind im Gespräch mit Ecom, dass vielleicht die Webseite über die dann weiterlaufen kann. Weil ich habe da ja auch mein Comic, mein Webcomic liegen und das wäre schon ganz schön. Also noch ist alles offen. Bleib dran. Absolut. Ja cool, beim Ecom ist das natürlich eine Institution. Da kann man durchaus mal Hallo sagen und koffen, dass das auch langfristig funktioniert. Aber Mensch, du bist ja auch vor allem hier, weil du Comics machst, as far as I know. Erzähl mal, wie ist denn der aktuelle Stand? Was gibt es aktuell von dir? Tja, also aktuell arbeite ich seit Monaten ganz fleißig an Kapitel 2 von meinem Comicprojekt Idaro Chronicles und ich habe in das letzte Interview tatsächlich nochmal reingehört. Ich habe sehr viel darüber erzählt. Also hört euch das Interview von 2022 nochmal an. Genau und ich hatte dann, ich weiß gar nicht, ob ich das dann schon geschafft hatte, aber das erste Kapitel habe ich als limitierten Auflage, eine Auflage verkauft. Also die sind dann auch schon raus und wenn ich Kapitel 2 fertig habe, was dieses Jahr definitiv der Fall sein sollte, dann könnte es vielleicht nochmal ein limitiertes Doppelbuch geben, wo beide Kapitel drin sind, aber halt nur so streng, weil wenn ich drei Kapitel habe, will ich ein Buch draus machen. Das ist nach wie vor so geblieben und dann würde ich da auch mal einen Verlagspitch machen oder und das Selbstverlegen. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das mache. Genau, dann würde ich dann schöne Hardcover-Bücher daraus machen. Ja, Hauptsache man kann es noch kaufen, denn das ist so ein Ding, wenn es limitiert ist, dann sind sie ja irgendwann auch weg. Ich weiß, dass der Gordon ein Riesenfan von dir ist, der hat eine Ausgabe gekriegt. Als wir uns beim Comicpark in Erfurt getroffen haben, hat ein Kumpel von mir dir auf jeden Fall auch eins dieser Ausgaben abgekauft. Irgendwann sind die alle alle, da braucht man dann mehr. Ja, deswegen dachte ich, die Wartezeit auf das große Buch wollte ich dann dadurch verkürzen, dass man es halt auch online lesen kann. Und ich habe jetzt kurz vor Erlangen so eine schöne kleine Webseite gebastelt. Da findet man alles zu IDAO, wo man es lesen kann, wo man es auch unterstützen kann. Ich habe seit noch nicht so lange einen Ko-Fi-Account und da kann man dann ganz viele tolle Bilder noch von IDAO finden und andere Produkte auch kaufen oder Member werden sozusagen. Ich habe da so ein Modell mit Spacecats, weil das auch so mein Ding ist. Und entweder ist man dann Spacecat, zahlt einen Euro im Monat und bekommt ganz viele Goodies, bekommt oder man ist Aliencat, das ist dann eine Stufe höher und dann kriegt man auch so ein bisschen Work in Progress und wenn man Cosmic Cat ist, also für sieben Euro ist auch nicht so teuer, dann kriegt man viermal im Jahr Kunst zugeschickt, so in einem kleinen Briefumschlag. Oh, das klingt ja krass exklusiv, das wollen wir doch haben, oder? Ja, doch, schon, ne? Ja, schon. Also ich würde mich freuen. Du, Kofi hast du jetzt gemeint, vielleicht kannst du uns mal kurz abholen. Viele waren ja oder sind ja auch auf Patreon. Wie kam es zu Kofi? Ja, Patreon war mir irgendwie eine Nummer zu hoch. Also da habe ich auch ganz viele rumgeisternden Gerüchte gehört. Man sollte erst 20.000 Follower auf Instagram haben, dann sollte man das machen und es hat mich sehr lange zurückgeschreckt und gehemmt und von Kofi habe ich dann gehört, dass es niedrigschwelliger ist, dass auch viel mehr dort gemacht werden kann. Man hat eine Galerie, man hat einen kleinen Online-Shop, man kann diese Memberships machen. Ich habe dort einen kleinen Blog, weil ich auch überlegt habe, so ein kleiner Blog wäre super, weil so ein Podcast wäre auch cool, aber ich fange erst mal mit einem Blog an und dann steigere ich mich damit und das ist super nutzerfreundlich. Also ich kam auch relativ schnell damit klar und ja, ich denke auch für meine LeserInnen und Fans wäre das eine tolle Plattform, um halt all den Stuff von Bria zu bekommen für wenig Geld und manches auch gratis. Voll gut. Das heißt, da können wir deine Sachen bekommen. Wir können sie auf Veranstaltungen bekommen und bei einer Website gab es auch, richtig? Genau, für IDARO jetzt, dass man da halt alle Links hat, die wichtig sind. Zum Beispiel habe ich das Interview, unser letztes Interview da auch verlinkt, dass man da auch ein bisschen mehr über IDARO und die Geschichte aufhören kann. Eine eigene Künstler-Webseite, da bin ich noch am Basteln. Das dauert dann ein bisschen länger. Work and Progress. Ja, wo dann Portfolio und sowas drin ist. Aber weißt du, was ich gehört habe, was demnächst wiedergeben soll? Ich habe nämlich tatsächlich Mittwochabend mit Stefan Pannor gesprochen. Oh ja. Und der Comic-Garten soll wieder kommen. Ja, das habe ich auch gehört. Nächstes Jahr. Das wäre ja ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Da warst du auch immer. Oder immer mal, einmal mindestens. Tatsächlich hatte ich meinen allerersten kleinen Künstlerstand auf dem Comic-Garten 2014. Ja. Das ist schon so lange her und nächstes Jahr soll es dann Ende August wieder eine Ausgabe geben und ich hoffe, dass es auch den goldenen Gartenswert wieder zu verleihen gibt. Ja. Top. Das kommt also auch wieder. Ja Mensch, jetzt sind wir hier auch beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen und das ist ja auch nicht irgendeine Veranstaltung. Erzähl mal, wie gefällt es dir in diesem Jahr? Was hältst du generell vom Salon? Also so eine Veranstaltung wie den Comic-Salon gibt es eigentlich gar nicht für ein zweites Mal in Deutschland. Das finde ich total schön. Es ist eine Mischung aus super krasser Riesenmesse, wo man so viel entdecken kann, wo auch Parallelsachen stattfinden, wo man sich entscheiden muss. Also es ist wirklich groß und trotzdem blieb es familiär, weil ich habe letztens mal in den Podcast von Panini reingehört, wo es in einer Folge mal um den Comic-Salon ging, um halt den Salon als solchen kennenzulernen und die haben auch den großen Chef da interviewt gehabt. Und da habe ich dann… von Comic-Fans war und jetzt sowas Großes ist und wir behandeln inzwischen so viele tolle Themen, also auch Diversität oder diese queere Community und alles hat irgendwie einen Platz. Der Manga kommt auch immer mehr, weil da in dem Interview wurde erwähnt, dass der Osten auch noch mehr gefördert werden kann, weil es ist ja auch… der ist ja im Boom gerade so. Ja und ich selber bin hier mehr oder weniger auch am puren Überleben, weil man halt von einer Veranstaltung zur nächsten geht, man will ja nichts verpassen. Gestern habe ich mir dann die Zeit genommen, mal so einen Monsterzeichen-Workshop zu besuchen und das war dann in so einem abgeschlossenen Raum. Also wir wurden nicht abgeschlossen, aber es war so weit weg von der Messe und das war kurzes Durchatmen und dann heißt es wieder, los geht's. Also total schön. Wer hat den gemacht? Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, das war so eine Comics-Schule, wo man normalerweise auch die Kurse bezahlen muss, aber für den Salon war es halt für die, die mit dem Ticket hinkommen auch kostenlos, aber ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ach klar, Workshop-Programm, das ist nämlich auch eins, das fällt mir auch auf, wenn man durch das Programm des Salons fliegt, dass hier unfassbar viel ist. Es sind nicht nur die Ausstellungen, es sind nicht nur die Pendels, die ich ja so geil finde, es sind auch vor allem unter anderem diese Workshops und das sind auch nicht wenige. Es ist ein unfassbar starkes, abwechslungsreiches Programm und es fordert mich zu hören, dass es auch wahrgenommen wird. Ja. Was würdest du dir denn wünschen für den Salon? Gäbe es Panels, Workshops, vor allem Workshops zum Beispiel, die du hier gerne mal besuchen würdest, wenn sie angeboten würden? Tatsächlich habe ich in meiner Recherche vorher Themen gefunden, die mich interessieren, weil ich mir ans Herz gefasst habe und überlegt habe, wie soll es auch mit mir beruflich weitergehen und ich würde gerne das Comiczeichnen noch mehr professionalisieren. Und selbst da gibt es auch Programmpunkte, Comics als Beruf oder wie mache ich einen Verlagspitch. Wenn man Zeichnen lernen will, kann man hier ganz viel auch besuchen. Heute ist zum Beispiel auch so ein Anatomie-Kurs, ab um elf glaube ich, auch von denselben, die den Monster-Zeichen-Kurs gemacht haben. Nee, also klingt jetzt vielleicht doof, aber ich bin gerade wunschlos glücklich. Das ist doch schön. Wenn du selbst einen Workshop geben würdest, würde dir das zutrauen? Schon, ich habe ja auch schon welche gegeben. Was wäre das? Was war das denn in den Zimmer? In Dresden zum Beispiel in den Bibliotheken habe ich so ganz basic solche Zeichen-Workshops gegeben für Kinder und das ist tatsächlich relativ cool, weil ich dann auch wirklich nochmal selber daran denke, wie zeichne ich eigentlich Figuren und wie kann ich das erklären, dass das andere verstehen. Aber meinen anstrengendsten Kurs hatte ich vor kurzem erst. Das war auch von Wir Gestalten Dresden organisiert. Das ist auch ein ganz toller Verein, da kann man in Dresden auch gut mit anderen kreativen connecten und da ging es um Graphic-Novel-Zeichnen für Teenager und da habe ich gemerkt, da stoße ich an meine Grenzen, weil das Handwerk des Comic-Zeichnens in zwei Stunden zu erklären, ist so vielseitig, weil man ist ja nicht nur Zeichner, man ist auch Autor, Kameramann, man ist Skriptschreiber, man ist eigentlich so viele Personen ein und dann habe ich gesehen in die fragenden Gesichter der Teenager, aber ich habe dann nochmal hinterher Feedback geholt, habt ihr so ein bisschen was verstanden und ja, das ist schon sehr umfangreich. Und das ist ja nur das Kreieren des Comics, das Formaten des Comics ist ja auch nochmal umfangreich, weil man kann ja selbst publizieren oder eben über einen Verlag und wie macht man das, also es ist sehr viel Wissen, aber wenn man Comic-Zeichnen, so wie ich zum Beispiel schon sehr lange total toll findet und faszinierend, dann lernt man das so von allein, finde ich, weil man informiert sich ja auch, wie funktioniert das gerade mit der heutigen Zeit und Social Media, wie kann ich das miteinander verknüpfen, ist schon sehr, sehr cool. Ja, so einen könnte ich mir beim Comic-Salon auch vorstellen zu geben. Wie läuft das eigentlich ab? Wie könnte man dich eigentlich buchen, wenn ich jetzt so eine Schulklasse bin oder ich bin jetzt in der Schule und ich habe eine Menge interessierte SchülerInnen, die Lust hätten auch mal was mit Comics zu machen, kann man sich bei dir melden? Würdest du so einen Workshop auch annehmen? Ja, schon. Also ich habe in meinem Überschwang des Professionalisierens mehrere Portfolios gemacht und ein dieser Portfolios bezieht sich halt, wie man das mit den Workshops mit mir regelt. Also per E-Mail in Kontakt treten, dann gebe ich meine Konditionen, dann ist es immer schön, wenn es einen Träger gibt, der das dann auch übernimmt oder man macht es über die Eintrittspreise der SchülerInnen. Ja, also das geht da eigentlich ganz niederschwellig. Ach schön. Ja Mensch, das höre ich gern und toll, dass es Menschen gibt wie dich, die sich um den Nachwuchs kümmern. Ja, mehr oder weniger reingerutscht. Ich wäre selber nicht auf die Idee gekommen, weil ich halte mich tatsächlich noch nicht bereit genug dafür, aber ich glaube, so geht es sehr vielen. Aber wenn Anfragen kommen, ja klar und dann ist man auch ein bisschen stolz, den Nachwuchs dann zu fördern und irgendwann ist dann jemand ein Comiczeichner und sagt, ich habe meine ersten Schritte bei Bria gelehrt. Mega. Die Anke Feuchtenberger der Zukunft. Mega gut. Liebe Bria, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Comic Daru. Vielen, vielen Dank. Oh, ich hätte noch ewig weiterreden können. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Im nächsten Gespräch werden wir uns über viele Dinge unterhalten. Ich habe einiges vorbereitet, ich habe Bock auf große Themen und darauf wichtige Themen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir müssen uns über Comics unterhalten, weil wenn jemand weiß, wie das mit den Comics funktioniert, dann er. Ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin Flix. Guten Tag. Guten Tag. Du, Flix, hattest du heute auch schon Kaffee? Du, ausreichend. Zwei sogar und ich freue mich auf den dritten, der gleich kommt. Ey, da habe ich echt Bock drauf. Ich habe nämlich gerade mich hier reingesneakt um die Ecke, ist ein Personalbüro vom Salon. Habe es gefunden und zwar keiner da. Also ist der Kaffee jetzt mir. Yes. Voll gut. Richtig so. Erste, wichtigste Frage gleich zu Beginn. Wann geht es weiter mit Art of Affair? Ah, du meinst unseren Comic-Podcast. Ja, der ruht tatsächlich. Also der ruht und wir haben Bock eine dritte Staffel zu machen. Allerdings ist mein Kollege Marvin Clifford, mit dem ich das immer zusammen gemacht habe, vor kurzem Papa geworden. Das heißt also, der ist sehr, sehr eingebunden. Das heißt, ich würde mal schätzen, in den nächsten Monaten fehlt uns die Zeit dafür. Und dann mal gucken. Na klar, na klar. Wie kam es eigentlich damals zur Gründung? War das was? Also Comic-Podcast, das machen zuletzt ja auch viele tolle andere Leute. Unter anderem hat aktuell zum Beispiel Ingo Römling jetzt auch angefangen, Podcasts zu machen und so. Ist ja so ein Ding. Macht auch wirklich Spaß. Also es war genau der Grund, wir hatten Kontakte zu Leuten, die Podcasts gemacht haben, über Bücher und so weiter. Und die sagten immer, uns fehlt eigentlich jemand, mit dem man gut über Comics sprechen kann. Und eine ähnliche Erfahrung habe ich mit dem Radio gemacht. Also ich bin oft in Berlin bei Radio 1. Die haben eine Literatursendung, wo sie über Bücher sprechen, aber eben nicht über Comics, weil ihnen so die Erfahrung, das Vokabular dafür fehlt. Und dann haben die mich gefragt, ob ich da nicht Bücher besprechen wollen würde, eben Comics. Um erklären zu können, wo der Unterschied ist zwischen einer Sprechblase und einem Panel und ob das nun ein Cartoon oder ein Comic ist oder wie Strukturen aufgebaut sind, was sequenzielle Kunst ist. Und dafür Worte zu finden, ist tatsächlich gar nicht ganz so einfach. Und als ich gemerkt habe, das macht Freude und da gibt es auch ein Publikum für, haben mein Atelierkollege Marvin und ich uns eben überlegt, warum machen, also wir sitzen oft bei unserer Kaffeemaschine, quatschen über alles Mögliche. Warum lassen wir da nicht einfach ein Mikro mitlaufen und machen daraus eben ein Gespräch, was vielleicht für alle, die sich so mehr oder minder für Comics interessieren, interessant sein könnte. Ja und die sind auch online komplett. Man kann das doch hören, liebes Publikum. Ich glaube, das ist machbar. Ja, aber herzlich darf man sich anhören, den Podcast irgendwo. Ach, aber herzlich. Genau, aber herzlich. Lasst uns ein paar Sternebewertungen da. Absolut, alle. Alles für den Fame. Du hast nämlich gerade angesprochen, du warst unter anderem beim Radio unterwegs, du bist ja extrem viel unterwegs gewesen und hast einiges erlebt in den letzten Jahren und auch, wenn man es dir nicht ansieht, du bist schon seit einiger Zeit in der Comicszene unterwegs und machst eine Menge Dinge. Ich habe unter anderem eine Vorbereitung im Video gesehen, war das das Frühstücksfernsehen vom ARD oder so, war das irgendwie so? Ja, mit Czerno Jobartei. Geil. Ja, der ganz wunderbar, herzlich, unvorbereitet in dieses Gespräch reingegangen ist und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, durfte ich da auch live früh am Morgen zeichnen. Ja, also musst du natürlich live zeichnen, weil im Fernsehen wollen wir immer sehen, wie sowas entsteht und dann steht das Flipboard da und dann legst du halt los. Das war lustig, aber sowas passiert, ja, ja, also ich mag das. Also ich bin glaube ich auch, oft sind Comiczeichner ja, werden ja auch Comiczeichner, weil deren Bühne so das Papier ist, auf dem man sich austobt und ich denke immer, ja, aber wir müssen ja auch Leute dafür begeistern, also irgendwie so Mittler sein, um die Leute ranzuholen, also dass die eben von diesem alten Bild Comics sind für Kinder wegkommen und begreifen, was Comics noch sein können. Und da braucht man eben Leute, die sie eben auf reale Bühnen stellen oder von Mikro setzen oder eben in die Fernsehkamera quatschen. Deswegen wärst du auch jemand, den ich definitiv als Comicbotschafter bezeichnen würde. Eine Person, die es schafft, auch in einem gewissen Unterhaltungsgrad Comics zu präsentieren, die Möglichkeiten der Gattung zu präsentieren und eben auch ein Publikum zu begeistern. Einfach mal im Namen von allen, die wegen dir einen Comic gekauft haben. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Aber lustigerweise, also das sehe ich auch als Teil meiner Arbeit an und versuche auch immer mal wieder bei Projekten darauf zu achten, dass es in diese Richtung geht. Also sich zu öffnen, neue Horizonte auf eine Weise zu erschließen oder eben, ich sag mal, so niedrigschwellige Angebote wie möglich zu machen. Wir haben zum Beispiel mal in Berlin eine große Ausstellung gemacht auf Plakatwänden. Also an der Berliner Mauer, in der Bernauer Straße standen so große 18 Eintel, Ströher, Plakatwände, Riesendinger. Und da haben wir dann Comics drauf gemacht, wo Leute im Vorbeigehen, die einfach lesen können. Ja, und dann werden wir merken, oh ja, ist ja interessant, Comics finde ich gut. Ja, auch zweisprachig, weil das ist oft internationales Publikum, waren die Großen in Deutsch, Kleinen auf Englisch daneben. Und so Projekte zu machen, die dann ein Jahr da hängen und einfach Passanten ansprechen. Finde ich gut. Dann ziehen wir das große Thema mal vor, weil ich das nämlich wirklich wichtig finde, nämlich Nachwuchsgewinnung im Comic. Wie wir letztlich Leute dazu kriegen, dass die Gattung, diese Bücher zu kaufen, Menschen zu unterstützen und das zu lesen. Das ist ja erstmal so der erste Schritt. Wir haben jetzt ganz viele tolle Dinge. Wir haben relativ viele Projekte mit Kindern zum Beispiel. Auch wieder hier beim Salon wird über die Kinder versucht und Projekte da was zu machen. Siehst du da so diesen wirklich stark wachsenden Kindercomic-Bereich auch so ein bisschen unsere Zukunft? Na, ich denke, dass das ein Versuch ist. Ja, also alles, was wir machen können, ist ja irgendwie die Samen in die Erde stecken und gucken, was draus wird. Man weiß es nicht. Manchmal wachsen wie im Garten die Kräuter an Stellen, wo man nicht mit rechnet. Manche Dinge, wo man sicher ist, die müssten aufgehen, die funktionieren nicht. Aber wichtig ist, all diese Dinge auszuprobieren und Leute anzusprechen. Und ich glaube, dass die Hauptschwierigkeit ist heutzutage, dass es sehr viele Konkurrenzmedien gibt zum Comic. Also wenn ich mir so vorstelle, weißt du, so in den 1950er Jahren, als Superman erfunden wurde, gab es die Hefte und da hast du in den Heften zum ersten Mal gesehen, wie ein Mensch fliegt. So. Das war eine Sensation. Absolut. Das ist heute von einem Comic-Heft nicht mehr das, was man braucht. Das heißt also, wir konkurrieren mit vielen anderen Sachen, von der Konsole bis zum TikTok. Ganz genau. Und was wir machen müssen, ist die Stärke des Comics betonen. Also das Comic, oder der Comic hat als Medium Qualitäten, die kein anderes Medium hat. Also du kannst mit der Zeit freispielen. Du kannst die Lesrichtung selber beeinflussen. Du kannst sagen, ob ich von oben links nach unten rechts lese oder die Anordnung anders mache, dass ich den Leser anders über die Seiten führe. Ich kann mit Löchern in Seiten spielen, um in die Zukunft zu gucken. Und diese Dinge kann nur der Comic. Das kannst du im Film nicht machen. Das kannst du im Roman nicht machen. Das kannst du in der Musik nicht machen. Und wenn wir Leuten klar machen, dass sie da ein Erlebnis bekommen, was sie woanders nicht bekommen. Also wir uns selber als Künstler eben einerseits auf die Geschichten konzentrieren, aber gleichzeitig auch auf das Medium. Also auf die strukturelle Stärke des Comics, der sequentiellen Anordnung von Bildern. Dann haben wir eine Chance, was zu bieten, was es sonst nirgendwo gibt. Und wenn Leute das kapieren, dass sie da ein Erlebnis bekommen, was es woanders nicht gibt, dann kommen die. Ja, Comic lesen muss man ja auch lernen. Also es ist ja, viele können das erstmal nicht. Schwer vorstellbar, wenn man es seit Jahren macht, aber ist ja so. Man muss Comic lesen lernen. Ja, auf eine Weise. Ich glaube, dass die Hürde im Wesentlichen im Kopf liegt. Weil wenn du dir anguckst, wie viele Billy-Regale im Jahr verkauft werden bei Ikea und aufgebaut werden, korrekt aufgebaut werden. Das heißt also, um das zu schaffen, haben Menschen die Comic-Geschichte, die dabei liegt, also die Bildergeschichte von den kleinen Brettern, die zusammengesetzt werden müssen, um ein schönes Regal zu sein, haben die gelesen und verstanden und konnten das sogar in die Realität übertragen. Die können das alle. Man muss nur dieses Ding, ah, Comic ist irgendwie komisch, überwinden. Sondervergleich. Ja. Geil. Was auch geil ist, sind deine Comics. Ich habe davon eine ganze Menge gelesen und du hast im Laufe der letzten Jahre wirklich viel rausgebracht. Du hast eigene Sachen gehabt, du hast auch große IPs bedient quasi, mit dem Inspirou, mit natürlich auch dem Masopilame. Da war ganz viel tolles Zeug dabei und in Vorbereitung jetzt für unser Gespräch hat mir der liebe Karsen Verlag, dein Haus und Hof Verlag, natürlich auch die gesammelte Ausgabe, die Gesamtausgabe von Held geschickt. Das ist toll. Was ist ein Held? Geht's da auch um Superman? Jein. Ja, also ich glaube, es geht um den Supermenschen, der in uns allen wohnt. Also wir können ja alle Helden sein in unserem Leben, in unserem Alltag und ich glaube, wer einigermaßen heile durch die Tage kommt, der hat schon richtig viel geleistet. Und Held war damals meine Diplomarbeit als Comiczeichner. Also man könnte sagen, so mein Anfang. Und da habe ich gedacht, ich würde gerne eine Geschichte haben, die mir Hoffnung gibt. Also mir selber, dass ich weiß, dass das, was ich hier versuche, am Ende gut ausgeht. Und da es solche Bücher ja nicht gibt, solche magischen Zauberbücher, wo man schon mal in die Zukunft gucken kann, habe ich mir gedacht, ich schreibe es mir selbst. Und habe mich hingesetzt und von meiner Geburt bis zu meinem Tod mir mein Leben ausgedacht. Und die erste Hälfte ist sozusagen tatsächlich, würde man sagen, autobiografisch. Und die zweite Geschichte ist autobiografisch erfunden. Inspiriert. Ja, und weitergeleitet. Aber so weitergeführt eben nicht, dass ich sage, ja, ich werde ein König und werde die Welt retten oder die großen Dinger drehen, sondern mal ganz realistisch überlege. Das ist meine Ausgangssituation. Ich bin jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt Mitte 20. Was hat es bisher passiert? Wo könnte das hinführen? Und was wünsche ich mir? Und Daraus ist so ein relativ normales Leben geworden, was aber komischerweise ganz viele Menschen angesprochen hat. Also der Erfolg von diesem Buch hat mich sehr überrascht. Damals. Damit habe ich null gerechnet. Und dass das jetzt, 20 Jahre später, immer noch erhältlich ist, lesbar ist und selbst wenn ich es mir selber angucke, nicht peinlich ist. Das finde ich erstaunlich. Ja, es menschelt auch sehr. Ich glaube, das ist ein bisschen auch so dieses Ding. Man erkennt sicherlich viele Dinge wieder. Es ist außerdem noch wirklich unterhaltsam, auch geschrieben und auch relativ klar verständlich. Trotzdem spielt es eben auch schon damals mit den Möglichkeiten, die die Gattung Comic letztlich auch bietet. Und jetzt kommt es ja eben nochmal als gesammelte Ausgabe raus. Da sind auch Bonusseiten dabei, habe ich gehört. Genau, es sind auch ein paar Bonusseiten dabei. Skizzen, unveröffentlichtes Material, was für damals etwas entstanden ist, was auch so in den Jahren danach entstanden ist, damit zu tun hat. Da ist eine Kurzgeschichte dabei, die eben in derselben Zeit spielt, die ich damals für Spiegel Online gemacht habe. Es sind sogar Star Wars Referenzen drin. Also alles, was das Nerd Herz haben möchte. Und da hast du natürlich auch vielleicht ein ganzes Stück mehr Freiheiten gehabt, bei so ganz eigenen Sachen, die du letztlich dir komplett selbst erdacht hast. Das bist ja quasi du, du bist ja quasi der Protagonist. Und da hast du natürlich ganz eigene Möglichkeiten, Dinge zu erzählen. Du hast aber schon, ich hatte es kurz auch angesprochen, darauf möchte ich gerne noch zu sprechen kommen, auch große, wie gesagt, Marken bedient. Zuletzt unter anderem ja auch das Masu Pilami. Und weil ich dich das noch nicht gefragt habe, will ich unbedingt noch einen Podcast unterbringen. Kannst du mal so ein bisschen kurz abreißen, wie kam es da zur Zusammenarbeit? Wie ist dazu gekommen? Denn das ist ja auch tatsächlich eine eigene Interpretation. Also die ganz kurze Version ist folgende. Vor ein paar Jahren hatte Spirou 80. Geburtstag. Daraufhin hatte man die Idee, einen Band zu machen, der in Deutschland spielt, mit einem deutschen Zeichner. Und dann bin ich da so ins Spiel gekommen, habe das schreiben dürfen, zeichnen dürfen. Am Ende lief das erstaunlich gut in Deutschland, dann auch in Frankreich und allen Ländern, die damit zu tun haben. Daraufhin sagte der französische Verlag Dupuis, die, ach, möchtest du nicht noch einen Spirou machen? Und ich sagte, ja, schon, sehr nett, aber eigentlich würde ich noch lieber einen Masu Pilami machen. Was? Das ist Wahnsinn, weil die rechte Lage ist da deutlich komplizierter. Ich sagte, ja, aber ich habe eine Idee. Und dann habe ich meine Idee gepitcht und das fanden die super. Und dann haben sie gesagt, mach mal, leg mal los. Und das war toll, weil ich dann auf einmal eben zu diesem Masu Pilami Kosmos, was dazu erfinden konnte, diese Figur zum ersten Mal historisch einordnen konnte und eben mit dem großen Südamerika-Forscher Alexander von Humboldt, der sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ein Begriff ist, den ersten Entdecker des Masu Pilamis verorten konnte und dessen, also dann erzählen konnte, was passiert, nachdem er dieses Tier entdeckt hat und, ja, weil er es eben ganz interessant fand, nach Deutschland verschifft hat. Und es ist ein Comic, der reiht sich für mich ein bisschen und das kann man sicherlich diskutieren, auch in zum Beispiel eine dieser Hommage-Bände, die es bei Lucky Luke gibt. Ich persönlich finde nämlich, dass die klassischen Reihen natürlich auch ihre klassischen Probleme mitbringen mit ihren Strukturen und ihren Universen und ihren Regeln. Und sobald man einen gewissen Interpretationsspielraum bekommt, den hast du scheinbar bekommen, gibt es ja ganz neue Möglichkeiten. Siehst du das auch so? Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, dass das diesen Serien sehr, sehr gut tut, weil immer so zu tun, als ob die Dinge weiterlaufen und der Kosmos sich nicht verändert seit eben 60, 70, 80 Jahren. Das ist unrealistisch, weil wenn man auf sein eigenes Leben guckt, weiß man auch, dass man anders drauf ist mit 15 als mit 95. Also ich nehme mal an, dass ich dann anders drauf bin. Vielleicht auch einfach nur tot. Aber dieser Spielraum ist wichtig, um frische Luft da reinzubringen und es eben auch wieder für neue Leser interessant zu machen. Sehe ich so. Und im Falle von Masopilami ist es auch ganz eindeutig. Also es ist ein Band, der vom deutschen Botschafter, der in Belgien ist, gerne genutzt wird als Gastgeschenk. Eben weil es so die Länder verbindet und was am Ende dazu geführt hat, dass der belgische König mich zum Abendessen eingeladen hat, um für diese völkerverbindende Arbeit zu danken. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Mega. Und wenn da jetzt jemand kommt, wann kommt der eigentlich, der große Oma Spann zu Asterix vom Flix? Lustigerweise, ich habe vor einer Weile mit Sylvie Uderso gesprochen, der Tochter von Albert Uderso und wir sprachen genau auch, ich fragte, ist sowas vielleicht möglich, wer weiß. Und sie sagte, sie sieht die Notwendigkeit, dass es sowas geben sollte. Sie bringt es aber nicht übers Herz, das freizugeben, weil sie die Bilder und Zeichnungen ihres Vaters so hoch schätzt und das Gefühl hat, dass anders nicht besser wäre. Und aus diesem persönlichen Sichtweise kann ich sagen, verstehe ich. Finde ich schade, würde ich gerne machen. Ich hätte auch eine Idee, aber ich verstehe auch, wenn es nicht geht. Also manche Dinge brauchen einfach Zeit. Letzter Punkt, einfach weil ich es so geil finde und jetzt unbedingt erwähnen möchte. Ich finde deine Lesung toll. Ich habe das eine oder andere auch gesehen. Unter anderem habe ich dich gesehen beim Comicpark. Da hast du damals, glaube ich, den Spirou vorgestellt. Wie sieht es aus? Wie gehst du an so eine Lesung ran? Und kann man dich überhaupt aktuell auch mal wieder irgendwo lesen sehen? Na, jetzt hier auf dem Comic-Ballon natürlich. Und sobald neues Buch erscheint, gehe ich auch wieder auf Lesetour. Die Lesungen machen schon viel Spaß. Also das ist auch wieder so ein Ding, um ein Publikum zu gewinnen. Also die ursprüngliche Idee war, wenn Leute einen Comic kaufen, wissen sie nicht, ob sie denen gefällt oder nicht. Aber wenn sie erstmal zu einer Lesung gehen, können sie mal reinhören und haben das so vorgestellt und kriegen durch meine Stimme und meine Lesung den Rhythmus schon mal vorgegeben. Haben den vielleicht dann selber beim Lesen im Ohr und können so einen Comic, wo sie vorher vielleicht keinen Bezug hatten, auf einmal eine Verbindung herstellen und besser eintauchen. Und genau das kann man tun bei deinen Lesungen, lieber Flix. Vielen, 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 vielen Dank dafür, dass du heute da gewesen bist zum Gespräch beim Tele-Stammtisch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich wünsche dir jede Menge Erfolg mit deinen Lesungen und mit deinen aktuellen Verkäufen deiner wirklich tollen Bücher. Schaut auch gern wieder in die Show-Notes, da kriegt ihr auch mal raus, wo sich der Flix sonst noch so im Internet rumtreibt, damit ihr alle relevanten Links auf jeden Fall finden könnt. Danke dir. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Und jetzt hast du dir gedacht, ey, machen wir mal ein Buch? Erzähl mal so ein bisschen kurz zur Entstehungsgeschichte, weil du hast schon ein bisschen erzählt, wie deine Position auch ist zu Horror-Comics. Wie kam es zu dem Buch, der absolute Horror? Da muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen zunächst. Ich habe vor zwei Jahren schon mal ein Buch veröffentlicht bei der Edition Alfons über die Geschichte der Phantom-Comics und habe die Publikationsgeschichte der deutschen Phantom-Comics rekapituliert und ausgegraben. Aktuell auch bei Zaubersternen zum Beispiel. Genau. Und witzigerweise kam gerade als das Buch auf den Markt kam auch eine Welle in Sachen Phantom-Comics, nachdem 40 Jahre zunächst mal tote Hose war. Und da wiederum war es eben ähnlich jetzt wie bei den Horror-Comics. Ich hatte früher auch nie Phantom-Comics gelesen. Aber habe als großer Batman-Fan irgendwann mitbekommen, dass mein Lieblingszeichner, mein Lieblings-Batman-Zeichner Jim Apparo auch mal Phantom-Comics gezeichnet hat und hatte mir dann diese Hefte besorgt und bin dann eben irgendwie auf die Figur neugierig geworden. Phantom, was hat es eigentlich damit auf sich? Ich habe gemerkt, die hat eine interessante Hintergrundgeschichte und habe dann soweit recherchiert, dass ich gesagt habe, okay, da lohnt es sich eigentlich vielleicht mal ein Buch drüber zu machen. Und insofern habe ich als Nicht-Phantom-Leser vor zwei Jahren dieses Phantom-Buch vorgelegt und habe dabei gemerkt, dass mir das Recherchieren und Schreiben so viel Spaß macht. Das bin ich auch als Journalist gewöhnt, dass ich Lust hätte, ein neues Thema in Angriff zu nehmen und hatte vorher schon mitbekommen, Horror-Comics sind irgendwie gefragt auf Flohmärkten. Wenn ich da unterwegs wäre, auf Comic-Flohmärkten und Börsen gab es immer unheimlich viele Leute mit Horror-Suchlisten zu verschiedenen Serien. Und da dachte ich, vielleicht wäre das ein Genre, was man auch mal näher unter die Lupe nehmen könnte. Horror hat eine unfassbar große Community. Als jemand, der eine große Filmredaktion leitet und Film-Podcasts macht, kann ich das bestätigen. Die Sachen, sobald es um Horrorfilme geht, egal wie klein, die klicken sich echt gut. Die Zahlen sind echt in Ordnung. Du hast gerade gemeint, du bist im echten Leben Journalist. Was machst du noch, wenn du gerade keine Horror-Comic-Bücher machst? Ich arbeite größtenteils für den Deutschlandfunk, mache für den Radio-Features. Also das sind Sendungen zwischen 30 Minuten und drei Stunden. Ich habe jetzt gerade, bevor ich zum Comic-Salon aufgebrochen bin, vor zwei Tagen eine Drei-Stunden-Sendung über Erich Kästner. Fertig geschrieben. Die kommt Ende Juli im Deutschlandfunk. Eine sogenannte Lange Nacht zum 50. Todestag von Erich Kästner. Also ich mache viele Sendungen, die mit literarischen Gestalten zu tun haben, biografische Sachen und teilweise auch Wirtschafts- und Umweltthemen. Also da bin ich auch relativ breit aufgestellt und bin es auch dort gewohnt, mich mit Themen zu beschäftigen, von denen ich vorher nicht so viel wusste. Das ist, denke ich, eine sehr faszinierende Sache. Denn immer, wenn ich jetzt zuletzt auch so ein bisschen Sachbücher zum Bereich Comic hatte, ich kann mich erinnern, letztes Jahr ging es um ein großes Sachbuch zu Lucky Luke zum Beispiel, letztes Jahr vor zwei Jahren. Und das waren alles Fans. Die waren im Herzen erst einmal schon von den Marken total begeistert. Und ich finde es jetzt cool, dass du dich so komplett eingearbeitet hast in das Thema, zu dem du zunächst keinen allzu großen Draht gehabt hast. Du hast gemeint, die Inspiration kam schon durch die Wahrnehmung, dass da so viele Fans sind. Hab ich es richtig verstanden. Ja. Und dann hast du gedacht, machen wir nochmal ein Buch. Was war so die Herangehensweise? Was war das Ziel mit dem Buch? Das Ziel war es, zunächst mal aufzudröseln, wann hat es überhaupt angefangen mit den Horrorcomics in Deutschland? Seit wann gibt es die? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Und dann eben auch tatsächlich zu gucken, welche vor allem Serien gab es im Laufe der Jahrzehnte und was hat es mit denen genau auf sich? Wer hat die gezeichnet? Wer hat die geschrieben? Unter welchen Umständen sind die entstanden? Und warum sind die auch wieder vom Markt verschwunden? Warum gab es mal jahrelang, so ab Anfang der 80er Jahre, erstmal eine Pause, bis dann durch die Trade-Paperbacks wieder das Genre wiederbelebt wurde, sag ich mal. Und das Ganze mal zu hinterfragen und zu gucken, wie ist das Ganze vor sich gegangen? Welche Wellen gab es? Und unter welchen Umständen sind diese Comics vor allem produziert worden? Weil das ist das, was mich wiederum als Fan auch interessiert, als Comic-Fan, Geschichten zu den Zeichnern, zu den Autoren, zu den Verlagen, die Produktionsumstände, beispielsweise das eben in den 70er Jahren in den USA, von denen ja viele Horrorcomics dann eben nach Deutschland gekommen sind und hier in Lizenz erschienen sind, dass in den USA Anfang der 70er Jahre ganz viele philippinische Zeichner aktiv waren, die dann später eben auch mit ihren Geschichten in ganz vielen deutschen Heften erschienen sind. Also darum ging es mir das mal einfach aufzudröseln, welche Serien gab es im Laufe der Jahre und wie hat sich das bis heute zu den wieder aufkeimenden Heftchen-Serien weiterentwickelt. Wahnsinnig, das ist ja wirklich auch viel. Das ist ein großes Thema, wo man, glaube ich, viel zu sagen kann, wo ich nur punktuelle Sachen mitbekommen habe. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass es ja auch diese Ausstellung im Schauraum in Dortmund gab. Hattest du zufällig Kontakt mit dem Alexander Braun? Das ist ganz witzig, dass du das ansprichst. Es war nämlich so, ich hatte dieses Phantombuch, hatte ich im Dezember 2021 fertig und habe dann gleich überlegt, was könntest du als nächstes machen und bin auf Horror gekommen. Und dann wiederum auf dem Comicsalon im Jahr drauf, wo dann das Buch vorgestellt wurde, das war also Mitte 2022, da war dann gerade kurz vorher, glaube ich, das Horrorbuch von Alexander Braun erschienen und als das rauskam, dachte ich, um Gottes Willen, also wenn der Alexander Braun, der für die tolle Macher seiner Werke bekannt ist und für seine tolle Recherche, wenn du ein Buch zum Thema Horrorcomic machst, dann brauche ich jetzt nicht auch noch eins zu schreiben. Habe dann aber, als ich das Buch mir angeguckt habe, gesehen, der hat im Grunde wirklich nur wirklich zwei Zeilen zum Thema Horrorcomics in Deutschland gehabt und dann dachte ich, okay, dann wäre mein Buch hoffentlich eine gute Ergänzung und so ist es, denke ich, auch gekommen. Also die Werke nehmen sich nichts. Ich finde Alexander Brauns Buch über einen Horrorcomic super und ich denke, meins ist wirklich eine gute Ergänzung, vor allem für Fans, die sich eben für die deutschen Horrorcomics interessieren. Und da ist ja wirklich viel los gewesen. Also ich habe zum Beispiel, ich komme aus einer Generation, die mit diesen Gespenstergeschichten, das kannte ich gar nicht. Ich habe das im Nachhinein über Umwege gehört, dass es das mal gegeben hat, weil ich natürlich eher, und das ist jetzt eher so mein Steckenpferd, über Weißblechcomics in diese Horrorschiene aktuell eingestiegen bin. Wie hat sich das denn so ein bisschen entwickelt? Wir werden jetzt hier nicht das Buch eine ganze Agenze abreißen können, aber ich bin mir sehr sicher, dass im Laufe der Horrorcomicgeschichte in Deutschland einige Veränderungen drin waren. Würdest du sagen, Horrorcomics sind heutzutage anders, als sie noch meinetwegen in den 50er, 60er und 70er gewesen sind? Naja, klar. Also man kann schon mal sagen, sie sind auf alle Fälle blutrünstiger. Also die erste Welle von Horrorcomics gab es in Deutschland im Zusammenhang mit einem Aufkeimen des Genres im Bereich Film und auch Heftroman. Das ist immer ganz wichtig. Also das habe ich auch geguckt, dass ich das in dem Buch immer wieder auch darstelle, dass die Comics jetzt nicht von sich aus irgendwie groß geworden sind im Bereich Horror, sondern es kam erst mal eine Filmwelle Ende der 60er Jahre mit relativ brutalen Horrorfilmen, die ins Kino kamen. Dann gab es fast parallel eben auch eine Heftchenromanwelle der verschiedenen großen Heftromanverlage in Deutschland. Und dann als drittes Genre oder Medium, sag ich mal, kam dann auch die Comicverlage auf den Trichter mit Horrorcomics was zu versuchen. Und das Ganze ging dann aber nach und nach, nachdem es erst mal ein riesen Erfolg war, so allmählich den Bach runter, als Videos aufkamen, Computerspiele, als generell der Comicmarkt in Deutschland im Absterben war, weil vor allem eben pubertierende Jungs sich eher ein Videospiel gekauft haben oder dann später auch auf das Medium Video zum Filme gucken umgestiegen sind. Das heißt, Horrormaterial gab es dann als Film zu Hause in der Klotze zu sehen, indem man es aus der Videothek ausleihen konnte. Da sind dann die Horrorserien erst mal hierzulande den Bach runtergegangen. Und dann gab es aber mit den Trade Paperbacks in Revival, als dieses Format aufkam, haben dann die Verlage eben sich dann mit Toro auch an ein älteres Publikum gewandt, das auch das Geld hatte, sich diese teureren Trade Paperbacks zu kaufen. Und jetzt in den letzten paar Jahren kam dann wiederum die Renaissance der Heftchencomics mit eben den von dir schon genannten Weißblech-Comics beispielsweise oder auch mit Farrell aus Berlin. Und natürlich lag es mir auch daran, das genau vorzustellen und habe auch die verschiedenen Verleger, also Levin Curio natürlich vor allem, auch selber interviewt und habe denen erzählen lassen, wie ist denn sein Verlag groß geworden und wie sieht das Konzept seiner Horrorserien aus und so weiter. Da du ja vermutlich in der Recherche auch einiges an Horrorcomics gelesen hast, würde mich eine schon konkrete Frage doch sehr interessieren. Und zwar geht es ein bisschen um Definition von Horror und kann Horror in sequentieller Kunst überhaupt funktionieren? Wenn wir über Horror reden aus dem Filmbereich, reden wir ganz oft auch über diese gefassten Jumpscares. Wir haben viel Splatter und Gore. Das sind irgendwie alles Aspekte, die auch im Horror stattfinden können. Bei so sequentieller Kunst habe ich mich lange schwer damit getan, Horror zu verspüren, einen Grusel zu verspüren, weil ich wusste, es ist ein Blatt Papier, ich blätter es um, ich werde nicht überrascht. Aber irgendwann merkte ich Horror und gerade bei aktuelleren, auch gern bei den US-Produktionen zum Beispiel, das ist so ein bisschen so eine atmosphärische Definition, die ich irgendwie festmachen würde. Ich kann sie aber nicht in Worte fassen. Was ist für dich ein Horrorcomic? Puh, also da fragst du mich als Nicht-Horrorcomic-Leser eigentlich etwas, was ich wirklich schwer beantworten kann. Ich kann es nur nochmal sagen, ich bin nach wie vor auch kein Fan des Jumpscares. Das war für mich mehr aus journalistischer Sicht faszinierend zu sehen, was es alles gibt, welche Spielarten, auch zum Beispiel zum Thema Manga-Horror, was ich ehrlich gesagt vorher erstmal rauslassen wollte, weil ich zum Manga überhaupt keinen Bezug habe als alter weißer Mann. Bis mich der Verlag dann gedrängt hat, du musst noch ein Manga-Horror-Kapitel schreiben, was ich inzwischen auch eingesehen habe, was auf alle Fälle nützlich ist und auch das Buch rund macht und ich habe auch viel über Manga gelernt, aber ich kann es nach wie vor wirklich nicht sagen. Ich habe, wie du gerade die Gespenster-Geschichten zitiert hast, auch mit denen zum Beispiel früher nichts anfangen kann. Es war mir viel zu harmlos und ich habe mich auch gefragt, wer will sowas lesen? Wo zieht man da den Grusel draus? Und ähnlich geht es mir eigentlich auch mit den, also ich sage mal so, was ich gut fand, war die Dracula-Serie, die bei BSV Williams rausgekommen ist in den 70er-Jahren. Da hatte ich mir auch dann zu Recherchezwecken die schwarz-weißen Bände von Marvel Essentials gekauft, weil da dann auch die zeichnerische Qualität viel besser rauskommt als bei den teilweise schauderf-kolorierten Heften, die auf Deutsch rausgekommen sind. Die Serie fand ich auch gut erzählt, aber und klar, mit der Figur Dracula verbindet man sowieso immer automatisch was Gruseliges, aber die ist auch wirklich sehr gut ausgearbeitet worden. Aber ich kann jetzt diese Frage, was jetzt beispielsweise einen guten Horrorcomic ausmacht, kann ich dir aus meiner neutralen, Anfangszeichen, journalistischen Sicht nach wie vor nicht beantworten. Da müsstest du dich mit einem Fan unterhalten. Du müsstest dann ja schon gewusst haben, okay, diesen Comic kann ich bei meinem Sachbuch zum Thema machen, weil es ein Horrorcomic ist. Es muss ja schon so eine Vorab-Auswahl gegeben haben, dass dann vermutlich mit Menschen zusammengearbeitet, die dir ein bisschen geholfen haben. Oder wie gingst du daran? Also bei der Definition, was nehme ich ins Buch auf und was nicht, habe ich mir orientiert an einem Nachdruckmagazin aus den USA. Das heißt Tales Too Terrible to Tell. Das ist in den 90er Jahren, glaube ich, erschienen in den USA mit ungefähr einem Dutzend Ausgaben. Die haben erst mal sehr viele Reprints aus den 40er, 50er Jahren aus amerikanischen Comics abgedruckt, was ich auch sehr spannend fand. Und die haben selber eine Definition aufgestellt. Nach welchen Kriterien definieren sie, was ist ein Gruselcomic? Also um den nach ist zum Beispiel, um das wichtigste Kriterium zu nennen, ein Gruselcomic halt, egal in welchem Genre oder das noch angesiedelt sein könnte, Science-Fiction oder Fantasy oder auch Liebesgeschichten, wenn man an die Serie von oder Vanessa, sage ich mal, von Bastei denkt. Das sind ja auch eher so Teenage-Girly-Comics, sage ich mal. Aber wichtig ist jedenfalls immer, dass der Grusel im Vordergrund steht, dass die originale Absicht einer Geschichte oder eines Comics, die ist, den Leser irgendwie in gruselige Stimmung zu verschaffen, zu versetzen. Und dann ist es auch egal, ob das jetzt in der Zukunft angesiedelt ist oder in der Vergangenheit, wie bei den Geschwänzer-Geschichten oft. Also der Grusel muss im Vordergrund stehen, um es mal etwas plakativ auszudrücken. Alles klar. Der Grusel muss im Vordergrund stehen. Der ist also oft schon am Cover erkennbar, ob es in die Richtung geht oder nicht. Dann lass bitte nochmal ganz kurz auf die Edition Alfons zu sprechen kommen, wo ich echt ein bisschen überfragt bin. Ich weiß, dass es die schon ewig gibt und dass die viele machen. Du hast gemeint, es ist dein zweites Sachbuch dort. Kannst du uns und mein Publikum, weil wir da wirklich, glaube ich, auch noch niemanden zu Gast hatten, mal so ein bisschen abholen, was die Edition Alfons betrifft. Was ist das denn für ein Verlag? Die Edition Alfons residiert in Norddeutschland und gibt es schon relativ lange. Ich freue mich jetzt nicht genau, wie lange. Das bekannteste Medium, was sie rausbringen, ist wahrscheinlich die Edition, das Magazin Redition. Es feiert jetzt gerade in diesem Jahr 40. Geburtstag. Ein Magazin, was, glaube ich, zweimal im Jahr erscheint und sich schwerpunktmäßig mit einem bestimmten Künstler oder einem bestimmten Genre auseinandersetzt. Und sie haben auch noch das Magazin Alfons, der Comicreporter, alle drei Monate am großen, gut sortierten Kiosk. Gibt es natürlich auch im Abo. Einfach ein Magazin, was aktuell über die Comicszene informiert, über Neuerscheinungen, Interviews mit Zeichnern und so weiter und so fort. Das kommt alle drei Monate. Und dann haben sie eben vor einigen Jahren diese Buchreihe etabliert, Texte zur grafischen Literatur, wo dann mal etwas ausführlicher eben auf einzelne Aspekte eingegangen werden kann. Da gibt es dann zum Beispiel gleich zwei Bände zu der ehemaligen Zeitschrift Schwermetall. Oder es gab als ersten Band einen Band über die Robinson-Comics der 50er Jahre. Und ich habe, wie gesagt, eben da ein Band zu den Phantom-Comics geschrieben. Und jetzt dieses Teil zu Horror. Also schon eine recht breit angelegte Themenpalette. Und man kann im Internet gucken. Einfach auf www.edition-alphons.de. Da sieht man dann, was die so treiben. Und das klingt vor allem nach Sachbüchern. Erscheinen da auch Comics? Nein, Comics erscheinen da nicht. Comics erscheinen da nicht. Dann lass ganz zum Schluss bitte auf jeden Fall nochmal kurz hier zum Salon zu sprechen kommen. Denn ich frage irgendwie alle, was sie vom Salon halten. Und letztlich möchte ich das auch von dir wissen. Was bedeutet dir dieser Comics-Salon? Weil ich oft, also wir reden ganz oft darüber, dass halt eine Messe ist, so ein Familientreffen. Man hat sie nicht gesehen. Aber die Erkenntnis, dass wenn wir in der Szene über Erlang sprechen, wir eigentlich gar nicht die Stadt meinen, sondern alles andere. Die Menschen, die Locations, die Veranstaltung und die Stimmung, die Atmosphäre, die war für mich dann doch irgendwie herzerwärmend. Wie ist für dich, was ist für dich der Comics-Salon? Ja, da kann ich leider nur deine Worte wiederholen. Es geht auch mir in der Regel, außer dass ich natürlich erst das Buch bewerben will und auch jetzt hier zwei Signierstunden heute und morgen habe, wo Millionen von Fans Schlange stehen werden, um sich meine Unterschrift da reinschmieren zu lassen, geht es mir tatsächlich auch darum, einfach Leute kennenzulernen oder wiederzusehen, aber auch erst mal kennenzulernen, die ich beispielsweise jetzt im Zuge dieser Buchrecherche noch nie persönlich gesehen habe. Mit denen habe ich telefoniert oder E-Mails ausgetauscht und insofern auch Levin Curio beispielsweise von Weißblech. Den habe ich gestern erst persönlich kennengelernt an seinem Stand. Und so geht es mir eben auch darum, tatsächlich einfach Leute wiederzusehen, mit denen einfach ein bisschen zu plaudern. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Und für mich ist aber auch interessant, immer wieder zu sehen, wie viele junge Leute dann hier aufkreuzen und sich für das Thema oder das Genre Comic interessieren. Aber mehr als ein größeres Familientreff ist es, oder vielmehr ist es für mich tatsächlich auch nicht. Verstehe. Ja Mensch, lieber Christian, dann danke ich dir vielmals, dass du da gewesen bist und über dein Buch gesprochen hast, auch für die ganze Arbeit, die du gemacht hast. Ich denke, das ist einfach auch mal eine tolle Sammlung, wo man da mal einen sehr guten Überblick bekommen kann für Fans des Horror-Genres. Und ich danke dir vielmals, dass du da warst und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg hier beim Comicsalon. Ich danke dir für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte. Bis dahin. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.